Hallo und herzlich Willkommen zu Wahrhaft Menschlich, ein Podcast von Betroffenen für Betroffene über Stress, Burnout und andere emotionale Herausforderungen unserer Zeit. Ich bin Katja Herle und ich möchte dir sagen, du bist nicht allein. Hallo und wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer meiner Podcast-Folgen. Heute mit dem Thema Anzeichen eines Burnouts. Wie erkenne ich überhaupt, dass ich Burnout gefährdet bin? Und ich finde, das ist eine ganz wichtige und ganz wesentliche Frage. Und herzlichen Glückwunsch, wenn du dir diese Frage überhaupt stellst. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Tatsächlich habe ich mir diese Frage nie gestellt. Es hat geknallt. Ganz unverhofft, ganz unbewusst bin ich da reingelaufen. Und so ganz unbewusst und unverhofft ist es natürlich nie, weil, wie ich ja in meiner eigenen Geschichte erzählt habe, in einem der ersten Podcast-Folgen, es gab genügend Anzeichen. Doch erkennen wir sie immer? Nein, längstens nicht. Viele, so meine Erfahrung und auch meine eigene Erfahrung, spiegelt das wieder, laufen tatsächlich in den Burnout rein und sind sich bis einen Tag vorher nicht bewusst, dass es überhaupt, na, nicht kurz vor zwölf, sondern eigentlich schon deutlich nach zwölf Uhr ist. Also wir haben die Warnglocken allesamt nicht gesehen, nicht wahrhaben wollen, nicht als das eingestuft, als das, was sie waren, als echte Warnsignale. Und deswegen sage ich herzlichen Glückwunsch, wenn du dir diese Frage stellst. Denn dann gehörst du zu den wenigen Prozent Menschen, die im Vorfeld vielleicht denken und merken, aha, da stimmt irgendwas nicht mehr. Jetzt läuft wirklich was aus dem Ruder. Und ich meine das wirklich ernst, wenn du dir diese Frage stellst, dann ist schon ein ganz entscheidendes Kriterium, eine ganz wichtige Signalfunktion sichtbar geworden. Dem einen oder anderen mag das vielleicht etwas zu kurzgegriffen vorkommen oder sehr salopp damit umgegangen sein. Doch für mich ist es das nicht, wenn ich sage, schon allein wenn du dir diese Frage stellst, wenn du Zweifel daran hast, dass das, was gerade abläuft, noch gut für dich sein kann. Wenn du Sorgen hast, du könntest tatsächlich einen Burnout erleiden. Wenn du also tatsächlich in dir schon das Problem erahnst, egal wie realistisch es nun sein mag oder nicht. Du empfindest es so. Und ich finde, das ist das allergrößte Anzeichen. Schlimm ist, die meisten Menschen haben das nicht. Deswegen, wenn du dir diese Frage stellst und vielleicht genau danach gegoogelt hast und so auf meinen Podcast gestoßen bist, dann nimm es ernst. Bitte nimm es ernst. Ja, sicher gibt es Menschen, die vielleicht etwas übervorsichtig sind oder sehr schnell Dinge an sich wiederfinden, Symptome, die dann gleich zu einer Diagnose führen. Ja, ich will nicht von Hypochondrie oder dergleichen sprechen. Ich finde es nicht wichtig. Nicht an dieser Stelle. Denn egal, aus welchem Grund ein Mensch zu mir zum Beispiel in die Gestalttherapie oder ins Coaching kommt, der Mensch fühlt Schmerz, leidet an etwas. Und das ist für mich wichtig genug. Ob das nun wirklich realistisch ist oder aus irgendwelchen Hirngespinsten beruht, ist für mich nicht relevant, weil alles so oder so dein eigenes Erleben ist. Und du bewertest es so. Du gibst dem Ganzen das entsprechende Gewicht. Und da ansetzen, da ansetzen, das ist wichtig. Ja, ich finde einen Realitätscheck total sinnvoll, wichtig. Doch deiner Emotionalität, das, was du erlebst, was du empfindest, kann es kaum milde stimmen. Etwas in dir zeigt an, irgendwas stimmt nicht. Und ich finde es immer wert, dem nachzugehen. Immer. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, wenn du dir diese Frage stellst. Nimm sie wichtig. Bitte. All jenen, die sich vielleicht nur mal informieren wollen oder vielleicht sogar einen Burnout erlitten haben und sich jetzt fragen, wie kann ich denn erkennen, ja, wie kann ich denn es vorhersehen, bevor es wieder so weit kommt. Klar, wichtig ist natürlich, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, dass es nicht wieder passiert. Und trotzdem ist es wichtig auch zu wissen, was sind denn so klassische Signale, was sind denn so klassische Anzeichen. Grundsätzlich sage ich, sie sind sehr vielfältig und sie sind nie eindeutig. Das ist ja das Problem des Burnout-Syndroms, dass es eben Symptome gibt, die auch für andere Dinge sprechen können. Und auch hier sei gesagt, es ist doch erstmal gar nicht wichtig, ob es um ein Burnout geht oder um vielleicht ein anderes Thema. Da sind wir ja schon wieder im Bereich der Diagnostik. Ist es so wichtig, gleich eine Diagnose zu haben? Nein, ich finde, es ist sehr viel wichtiger überhaupt zu merken, ha, hier stimmt was nicht. Es läuft gerade etwas schief in mir, in meinem Leben, in dem, wie ich all das erlebe, wie ich es empfinde, wie es mir geht. Und zu merken, ich möchte so nicht weitermachen. Um dir was ganz konkret an die Hand zu geben. Zum Beispiel, wenn du so auf die letzten Monate schaust und auch da im Zeitraum abstiegen, ja, was heißt Monate? Ist ein Monat schon signifikant oder müssen es schon mehrere sein? So gut wie nichts ist in der Medizin oder auch in der psychologischen Diagnostik eineindeutig, ja. Das Wort eineindeutig gibt es nicht, aber ich verwende es gerne, um klar zu machen. Natürlich gibt es Symptome, Anzeichen und es gibt gewisse, nennen wir es mal einfach so etwas wie Kataloge, die gewisse Dinge angeben, die hilfreich sein können. Und trotzdem ist es so, Menschen sind super unterschiedlich. Und beim einen mag es schon mit einem Monat signifikant sein, beim anderen halt nicht. Also was heißt signifikant? Also wie viele Monate müssen es sein, damit es eben pathologisch wird, ein Thema, auf ein Thema hindeutet? Ich finde es total müßig, darüber zu reden und zu spekulieren und auch klare Grenzen zu legen. Weil die klaren Grenzen nur etwas, ja, theoretisch klar machen, was nicht klar ist. Wichtig ist doch dein Gefühl. Fühlt es sich noch für dich bewältigbar? Ist Aussicht auf Besserung oder nicht? Also, wenn du seit mehreren Monaten, ich sage jetzt einfach mal dieses Wort Monate, ja, unter Erschöpfung leidest. Wenn du nach Hause kommst, bist du total ausgepumpt. Der Abend reicht dir auch nicht mehr zum Erholen, die Wochenenden auch nicht mehr. Das heißt, im Grunde hast du permanent einen latenten Erschöpfungszustand. Oder vielleicht sogar wiederkehrende Erschöpfungszustände. Immer wieder. Du rappelst dich wieder auf, dann geht es vielleicht ein, zwei Wochen gut und du bist wieder voller Energie. Und dann haut sich wieder zusammen und drei, vier Wochen geht dann gar nichts mehr. Nur mal als Beispiel. Bitte nicht darauf fokussieren, welche Wochen ich jetzt benutzt habe, welche Wochenanzahl. Es geht einfach um das Gefühl. Schau dir einfach mal an, wie verläuft dein Leben gerade so? Und auch hier wichtig ist, so ein bisschen es einzubetten. Natürlich würden jetzt vielleicht manche sagen, in den letzten vier Wochen fühle ich mich echt total erschöpft. Ich bin total ausgepowert und ich kann eigentlich nicht mehr. Aber wenn sie genau hinschauen, dann sehen sie eine klare Erklärung dafür. Ja, ich bin vor drei Wochen umgezogen. Es war total stressig davor. Und dann hatte ich auch noch Trappel mit meinem Chef und musste den Job wechseln. Und dann war da noch der Streit mit meiner Freundin. Und außerdem hatte ich dann noch dieses Thema zu klären und jenes. Ja, aber das meiste davon ist jetzt geklärt. Es dürfte besser werden. Also wenn wir klar erkennen können, worauf es zurückzuführen ist. Okay, dann ist es zumindest etwas, da wissen wir die Ursache. Wir wissen, es war wirklich punktuell mal alles auf einen Haufen gekommen. Und solche Sachen, solche Situationen und Augenblicke gibt es im Leben. Das ist noch nicht pathologisch. Also das ist noch nicht ein Anzeichen für, oh oh, Achtung, Burnout droht. Ein Burnout kommt in der Regel und vor allem die Erschöpfungszustände, die dann in einen Burnout führen, rühren durchaus auch mal von solchen Umständen her, wenn alles zusammenläuft. Meistens ist es allerdings, es baut sich auf über Jahre. Und da sage ich immer gerne, stell dir vor, dein Energiehaushalt ist genauso wie das einer Batterie. Ja, korrekt wäre wiederauflagbarer Akku, aber ich benutze einfach gerne das Wort Batterie. Du kennst doch dieses Duracell-Häschen, das da mit seiner Trommel da hinhoppelt und gar nicht mehr aufhören will. Ja, das arbeitet so lang, bis die Batterie eben leer ist. Und bei Akkus spricht man ja auch davon, dass, ja, die ist leer, dann lädt man sie wieder auf, dann ist sie wieder voll, dann ist sie wieder leer und so weiter und so fort. Und da gibt es ja auch so Regeln wie, ja, sie nicht ganz leer werden lassen, besser irgendwo, wenn sie 30 Prozent hat, dann wieder aufladen und auch nicht ganz voll laden will, das ist auch nicht gut und so weiter. Und dann spricht man bei Akkus von einer sogenannten Tiefenentladung. Also wenn Batterien wirklich ganz ausgezutzelt werden, bis zum letzten Tropfen. Und bei Batterien, bei Akkus spricht man dann häufig davon, sie sind kaputt. Die können also nicht mehr aufgeladen werden, die kommt nicht wieder hoch. Wir Menschen haben letztendlich ein ähnliches Phänomen, würde ich es mal nennen. Auch wir haben einen gewissen Energiehaushalt. Und Achtung, der ist nicht über unser Leben gleich. Also wenn ich mit 20 einfach ein Typ war, zum Bäume ausreißen und ich konnte den ganzen Tag 10 Stunden Vollpower durcharbeiten, abends noch zum Fußballspiel gehen, danach noch ordentlich saufen und morgens wieder um sechs aufstehen, dann mag das mit 20 ganz gut gehen und wahrscheinlich auch ganz gut verkraftet worden sein. Mit 50 schaut die Welt schon entschieden anders aus. Da merken wir, oh, das steckt mir in den Knochen. Da merken wir, dass am nächsten Tag einfach nicht mehr so viel Energie da ist. Oder vielmehr, wir eher merken, verdammt, der Tag vorher, der hängt mir ganz schön nach. Also da ist dann nichts mit Powern. Und dazu kommt noch, wir sind letztendlich konditioniert, Leistung, Leistung, Leistung. Gib immer alles, gib das Beste. Alles aus dir rausholen. Auch einer der Gründe, warum ich so Motivationsspeaker nicht besonders mag. Insbesondere die, die immer noch gerne in dieses alte Horn stoßen. Du musst alles geben, wenn es dir wichtig ist. Wenn du das erreichen willst, musst du dem Leben signalisieren, und das, was dir wichtig ist, du musst alles geben. Das suggeriert immer, wir müssen immer bis an die Maximalgrenze gehen. Immer alles aus uns rausholen. Erinnere dich, Batterie, Tiefenentladung. Wir saugen uns aus. Und keiner lehrt uns darüber, was ist eigentlich meine natürliche Grenze? Wo ist denn eigentlich so, wo ich merke, jetzt komme ich so in die Reserven, eigentlich die, die ich nicht angreifen will? Wer lehrt uns sowas? Wer spricht darüber? Wer sagt darüber etwas? Und vor allem, keiner fragt uns, hey, hast du schon mal erforscht, was so das Pensum ist, das Arbeitspensum, das Aufgabenpensum ist, wo du merkst, oh, da bin ich gut drauf, da kann ich quasi richtig schön arbeiten, vor mich hinarbeiten, und da bin ich in so einem Modus, wie nennt man das, rekuperieren oder so, da mache ich etwas, und was ich mache, gibt gleichzeitig Energie zurück. Also das ist quasi so ein Modus, da könnte ich ewig weiterarbeiten. Schon mal sowas erforscht? Ha, gibt es das überhaupt? Kommt vielleicht die Frage. Ja, ich glaube, ja. Ich denke, dass es das gibt. Ich erlebe es bei mir selber. Und damit meine ich nicht, dass es immer so sein muss, dass wir immer in diesem Modus sind. Und dass auch da sowas wie, 10, 10 ist meine Antwort. 10 ist mein Modus, den kann ich immer geben. Ja, 10 was? 10 Aufgaben. Die eine gleicht nicht der anderen. Die eine braucht mehr Energie, die andere weniger. Also das ist sehr schwierig. Auch da sind wir wieder Thema Zahlen. Wir können uns nicht auf ZDF, Zahlen, Daten, Fakten reduzieren. Es ist tatsächlich ein Immer-Hinspüren. Was ist gerade gut für mich? Und da unser Energielevel sich auch permanent ändert, du musst nur mal schlecht geschlafen haben, schaut es am nächsten Tag schon ganz anders aus mit den Bäumen ausreißen. Wir haben nun mal nicht ein stetiges Energielevel. Immer das Gleiche. Ich schlafe und am nächsten Tag habe ich wieder 100%. Ich muss meinen Akku, mein Handy nur einstecken, und zack hat es 100% zwei Stunden später. So ist es nicht. Es ist nicht so bei uns. Wir sind nun mal nicht Maschinen, die wir ganz einfach timen können. Also ganz, ganz großer Signalgeber ist das Thema Erschöpfung. Wenn du deinen normalen Alltag als erschöpfend empfindest, als etwas, das dich wirklich auspowert. Und ich rede hier nicht von diesen spitzen Zeiten, wenn wirklich alles zusammenkommt und du 100 Dinge gleichzeitig machen musst und riesen Baustellen hast. Ja, solche Situationen und Zustände gibt es, die haben wir in der Regel nicht ständig. Meistens ist es so, dass Menschen in einen Burnout kommen und sich das, wie schon gesagt, über Jahre aufbaut. Und da ist es der normale Alltag, der normale Wahnsinn, das Hamsterrad, das wir empfinden. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, sondern einfach das immer Gleiche. In die Arbeit zu gehen, hunderte von E-Mails zu haben, zig Themen auf dem Tisch zu haben, nicht zu wissen, was man gleichzeitig noch machen kann und tun. Jeder zehrt irgendwie an einen, jeder will irgendwas von einem. Zumindest ist es das Gefühl. Du gehst nach Hause, bist eigentlich völlig platt, musst aber noch einkaufen, dich irgendwie um die Wäsche kümmern, deine Kinder wollen noch was von dir, dann hast du noch deinen Partner, deine Partnerin und so weiter und so fort. Und du gehst erschlagen ins Bett und hast irgendwie den Eindruck gehabt, ich habe irgendwie nichts geschafft, nur die Hälfte, was ich wollte und morgen wieder voll und oh Gott, ich freue mich aufs Wochenende und das Wochenende ist dann auch voll, weil dann ist die Party und da muss ich hin und das muss ich. Dieses Müssen, diese ganzen Themen, die um uns rum sind und wie viel das sind und wie viel es sein müssen, damit wir sowas erleben, ist total individuell. Deswegen ist es schwer, hier mal von Zahlen, Daten, Fakten zu sprechen. Das ist im Wesentlichen wichtig. Wie geht es dir? Und wenn du bejahen kannst, ja, ich kenne das Thema, ich fühle mich eigentlich fast ständig erschöpft und auch vielleicht ein Gefühl dafür hast, ja, und es ist schlimmer geworden, das war letztes Jahr noch nicht so schlimm oder vielleicht vor einem Vierteljahr oder wenn es wiederkehrende Erschöpfungszustände gibt, du immer wieder merkst, du fällst in so Löcher. Das sind ganz wichtige Warnsignale und egal, ob da ein Burnout drohen kann oder nicht, es ist wichtig, das ernst zu nehmen. Wenn dir dein Körper Erschöpfung signalisiert, ist definitiv etwas zu viel, zu schnell und definitiv für dich nicht passend. Nicht angemessen zu deinem momentanen Energiehaushalt. Und da braucht es Abhilfe. Also nimm es bitte ernst. Zweites Signal, klar, hohe Stresslevel. Also wenn du dich ständig gestresst fühlst. Meistens geht es einher, wenn ich mich ständig unter Strom fühle, ja, ständig irgendwie das Gefühl habe, ich bin überwältigt von meinen Aufgaben, die ich zu machen habe und eigentlich kann ich es nicht schaffen, dieses ständige Getriebensein. Natürlich auch hier, ja, was heißt hohe Stresslevel? Was heißt, wie lange soll das anhalten? Dass wir mal kurzfristig gestresst sind, dass wir mal Tage haben, die wir als stressig empfinden. Alles im normalen Bereich. Stress ist per se ja nicht schlimm. Stress ist per se auch nicht falsch. Es ist eine normale physiologische Reaktion, die uns zumindest zeigt, aha, mein System ist in Alarmbereitschaft. Und dann kann man sich immer fragen, ist das gerade der Situation angemessen? Also das finde ich immer eine sehr wirkungsvolle Frage. Muss ich jetzt Stress haben? Was genau macht mir eigentlich gerade Stress? Stress ist per se auch ein Signal, einfach hinzuschauen, wieso bin ich eigentlich gestresst? Was stresst mich? Und mit einem hohen Stresslevel meine ich vor allem etwas, was längerfristig wirkt. Mal eine stressige Woche zu haben, ist noch nicht ein Riesenthema. Das können wir verkraften. Wir Menschen halten viel aus, das wissen wir. Und wir können viel ertragen, nicht wahr? Und deswegen laufen wir ja auch in einem Burn-On, weil wir so viel ertragen, weil wir eben nicht frühzeitig erkennen, Moment mal, es ist nicht normal, mich ständig gestresst zu fühlen. Also, hinschauen. Ist es noch in einem normalen, vernünftigen Rahmen? Immer wieder mal Stress zu erleben? Okay, kein Thema. Ganz normal. In der heutigen Zeit sowieso. Das dauerhaft zu erleben und als Normalzustand fast schon anzusehen, das ist ein Thema. Da würde ich auf jeden Fall hinschauen. Drittens, Unlust am Leben teilzunehmen. Auch das kommt meistens mit den anderen Dingen im Huckepack. Allein kann er auch mal sein. Will ich jetzt nicht irgendwie so abtun, dass es das nicht sein könnte. Meist kommt es allerdings nicht alleine daher. Die Unlust entwickelt sich dadurch, weil ich eigentlich keine Power mehr habe. Und dann habe ich auch in Folge dessen keine Lust mehr auf was anderes. Wenn ich also mich ständig erschöpft, fühl, gestresst bin, dann habe ich keine Lust, mich abends auch noch mit meinen Freundinnen zu treffen und eine Runde zu ratschen. Das kann am Anfang noch sehr hilfreich sein, weil man sich dann austauschen merkt, ah, woran ich ja auch glaube, die Kraft, dass ich bin nicht allein, ja, ich merke die anderen haben auch Stress. Das hilft erst mal, es tut gut. Und gleichzeitig ist es irgendwann eher eine Last. Ich muss mich dazu aufraffen. Und irgendwann mache ich es halt nicht mehr. Und es kann so weit gehen, dass ich gar nichts anderes mehr mache. Dass ich mich wirklich nur noch auf die Arbeit eigentlich konzentriere oder meine Energie für die Arbeit quasi zusammenhalten kann. Und für alles andere ist dann nichts mehr an Energie. Gar nichts mehr. Dann reicht nicht mal noch der Urlaub dazu, mich zu erholen. Und dann kommt oft genau das Symptom hoch, Unlust am Leben teilzunehmen, weil ja alles wegbricht, was mir sonst so Spaß macht. Weil dafür gar keine Energie mehr da ist. Also meine sozialen Aktivitäten brechen völlig ein. Das ist schon ein wirkliches Warnsignal. Also wenn das passiert, dann ist in der Regel, so wie ich es erlebe, meist schon im Vorfeld sehr viel nicht wahrgenommen worden. Also zum Beispiel Erschöpfungszustände, zum Beispiel ein hohem Stresslevel. Also da, das finde ich, wenn das wirklich kommt, unbedingt, also alle anderen ja auch, aber hier unbedingt echt hinschauen. Das ist ein richtiges Warnsignal. Wenn die Unlust am Leben teilzunehmen, soziale Aktivitäten völlig auf Null runtergefahren werden, dann ist es, ja, kurz vor zwölf. Ja, viertens, Gefühl des Funktionierens. Das geht auch oft so mit diesem Thema Unlust am Leben, teilzunehmen einher. Man ist eigentlich nur noch im Hamsterrad und macht eigentlich nur noch das, was so gefordert wird. Für alle anderen Dingen ist eben nichts mehr, ja, nichts mehr übrig. Keine Lebensfreude und kein Engagement mehr. Eines, was mir sehr begegnet ist, ist das Thema eine anhaltende Unzufriedenheit oder Frustration oder sogar so eine latente Aggression. Also, wenn du merkst, du wachst schon morgens aus mit so einem Gefühl von, ja, so einer Unruhe in dir. Als würde dein System schon darauf warten, es passiert gleich wieder irgendwas und ah, es kommt ja schon wieder was daher. Und dann ist es manchmal wirklich nur ein Pups, ja, es ruft jemand, ah, was will die denn jetzt, ja, ist gar nicht schlimm, aber es ist schon etwas, was mich aufregt, was mich schon so in die Anspannung bringt. Das war bei mir sehr spürbar und wenn ich da genau hinfühle und hinschaue, dann weiß ich, dass das auch wirklich spürbar war, schon Jahre. also die Unzufriedenheit war sehr früh schon da, unzufrieden, irgendwas stimmt nicht, irgendwas fehlt mir und das wurde dann auch mehr und mehr zu Aggressionen, also zu so einer latenten Aggression. Ich war gegen alle Störungen, gegen alles, was nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, war ich sofort, boah, was ist da los und warum fährt er jetzt so langsam und was will der jetzt, warum ruft er mich an, ah, jetzt kriege ich eine E-Mail von dem. Also es war alles gleich, es wurde gleich als Störung empfunden. Störung, die mich behindert, schnell dorthin zu kommen, schnell etwas zu machen, mich vielleicht jetzt auch noch um was anders kümmern zu müssen und da würde ich auch sagen, das ist schon echt ein deutliches Anzeichen von drüber zu sein, deutlich drüber zu sein, also einfach das System ist schon so am Rödeln, dass es im Grunde mit nichts Neuem mehr umgehen kann. Ja, Schwierigkeiten bei der Konzentration, also das können natürlich auch vielfältige Ursachen sein, geht ganz oft halt mit einher, wenn das System Overload erlebt, also wenn es einfach überlastet ist, überladen ist, ob das jetzt durch Erschöpfung, durch einen hohen Stresslevel oder eben durch die anhaltende Frustration oder Unzufriedenheit, wie ich es gerade erklärt habe, kommt, also es geht oft damit einher, wenn das System einfach nicht mehr imstande ist, Neues aufzunehmen, dann logischerweise kommt auch das Symptom irgendwo zum Tragen, Schwierigkeiten mit der Konzentration. Wie ihr schon merkt, die Dinge gehen so ein bisschen Hand in Hand, sie gehen oft parallel miteinander, ineinander über. Die Frage ist nur, was fällt dir mehr auf? Ja, es ist manchmal so, dass manche Dinge so unbewusst oder auch so mitlaufen, so schleichend vielleicht auch ablaufen, dass man sie irgendwann zu einem Normalzustand innerlich werden lässt, sodass es gar nicht mehr auffällt, einem nicht mehr auffällt, wie aggressiv man eigentlich auf alles reagiert oder gereizt und gestresst. Und dann kann es sein, es fällt dir vielleicht eher ins Bewusstsein, Mensch, verdammt nochmal, was ist denn jetzt los? Früher konnte ich mich doch mal so gut konzentrieren, jetzt geht es nicht mehr. Also es sind einfach mal nur Symptome, die es sein können, die nicht alles sein müssen und die auch nicht alle gleichzeitig auftreten müssen. Aber wenn dir was von dem auffällt, ist es einfach mal gut hinzugucken. Körperliche Beschwerden, klar, verändertes Schlafverhalten, veränderte Essgewohnheiten, das sind so die Dinge, die damit einhergehen. Also oft merken wir ja vor allem körperliche Beschwerden, weil wir emotional gar nicht so mit uns verbunden sind. Körper auch erst dann, wenn er uns wirklich hier massivste Beschwerden schickt und Schmerzen schickt in Form von Verspannungen oder Migräne, also häufige Kopfschmerzen, irgendwelche andere körperliche Beschwerden, die oft ohne klare medizinische Ursache daherkommen. Das sind auch Symptome, die man ernst nehmen sollte und die oft, allzu oft eben mit psychischen Ursachen daherkommen. Also körperliche Beschwerden aller Art, verändertes Schlafverhalten, oft schläft man unter Umständen übermäßig viel, ohne sich wirklich erholt zu fühlen oder man hat einen sehr unruhigen Schlaf, einen schlechten Schlaf, wacht viel auf, schläft schlecht ein. Das sind so Indizien, die dafür sprechen, dass gerade etwas überhaupt nicht passt. Genau, was ich vorher schon so ein bisschen anklicken habe lassen mit dem veränderten sozialen Verhalten, kommt oft auch eine emotionale Entfremdung, dass man sich zunehmend eben von Menschen und auch der Arbeit entfremdet, also sich so fast wie depersonifiziert, ja, was hat das mit mir zu tun, und sich so ein bisschen abkapselt. Das ist dann wirklich schon eine heftige Stufe, die dann meist in den Burnout oder eigentlich schon der Beginn des Burnouts signalisiert, wenn das ganze System sich quasi abkoppelt. Ja, genau. Ja, ich hoffe, damit mal so einen guten Überblick gegeben zu haben. Das war jetzt so mein Rundumschlag mit ein paar Side-Informations, also so ein bisschen Nebeninformationen. Ich möchte einfach so ein bisschen wachrütteln auch und ich finde es total gut. Hey, vielen Dank, dass du meinen Podcast hörst. Einfach deswegen, du beschäftigst dich mit dir. Da ist schon etwas mehr Bewusstsein, deutlich mehr Bewusstsein, als es zum Beispiel bei mir war, als ich in den Burnout gerauscht bin. Und selbst wenn du jetzt sagst, ja, ich habe ihn ja auch schon hinter mir, hey, gut, dass du dich damit auseinandersetzt, gut, dass du nicht locker lässt, gut, dass du dranbleibst und guckst, hey, warum ist es mir passiert, was ist da eigentlich schiefgegangen? Weil das ist die allerbeste Voraussetzung, es zu verhindern, dass es passiert oder wieder passiert. Und ich werde nicht müde darin, das zu betonen. Es ist einfach mein Ding, mein Weg, mich selbst mit mir auseinanderzusetzen und Menschen anzuregen, dasselbe zu tun. Ich glaube, darin liegt wirklich der Schlüssel, zu unfassbar vielen, wir glauben gar nicht, zu wie vielen Dingen darin der Schlüssel liegt, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen und dass wir dahin schauen, wo die Probleme entstehen, in uns selbst. Denn ein Problem ist per se erstmal kein Problem, es ist einfach nur eine Situation. Wir deklarieren es zu einem Problem. Wir erleben es oder definieren es zu einer Schwierigkeit, zu einem Hindernis, zu einer Herausforderung. Das sind unsere Zuschreibungen. Und die sind sehr unterschiedlich. Der eine mag etwas als willkommenen Anreiz sehen, der andere als einen riesen Klotz am Bein und sich völlig eingeengt fühlen und nicht mehr schlafen können nachts. Und der andere freut sich auf die Herausforderung. Es ist sehr unterschiedlich, wie wir auf Dinge reagieren. Und umso wichtiger ist es, selbst zu forschen, was bringt mich zu welchen emotionalen Zuständen? Was führt mich in zum Beispiel Stress? Was löst es aus? Weil da kannst du ansetzen, da kannst du daran arbeiten. Und auch da werde ich nicht müde darin. Dann hol dir dabei Unterstützung. Man kann vieles autodidaktisch mit sich selbst ausmachen, aber längstens nicht alles. Es braucht einfach ein Spiegel. Und nein, ich will hier nicht die Werbetrommel jetzt für mich persönlich rühren. Natürlich, gerne kannst du mit mir arbeiten, ob nun jetzt gestalttherapeutisch oder im Coaching. Man kann sich über viele Wege die Dinge anschauen. Und du kannst mit mir arbeiten. Du kannst aber auch mit den vielzahligen Kolleginnen und Kollegen, die es gibt, arbeiten. Also da bin ich nicht festgelegt und würde ich auch niemals machen und sagen, dass ich die Beste wäre oder die geeignetste bin. Nein, denn das ist was genauso Individuelles wie das, wie du die Dinge erlebst. Du darfst dir jemanden suchen und finden, der zu dir passt. Wo du spürst, hier fühle ich mich sicher, hier fühle ich mich in den richtigen Händen. Ich möchte nur anregen, den Weg nicht komplett alleine zu beschreiten, weil wir einfach blinde Flecken haben. Wir sehen vor allem am Anfang der Reise viele Sachen noch nicht klar. Es ist auch manchmal ganz schön kompliziert in uns, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Das kenne ich nur zu gut. Und auch ich bin nach wie vor noch in diesem Prozess, und ich denke, das ist, so sehe ich es zumindest, ein lebenslanger Prozess, mir darin auch immer wieder einen Spiegel zu holen, eine Unterstützung, die mir dann sagt, wie sie mich gerade wahrnimmt, was ich vielleicht gerade nicht sehen und wahrnehmen kann. Und die mir hilft dann, selbst wenn ich es erkannt habe, mit dem auch effektiv umzugehen, zu lernen, damit zu leben. Auf eine für mich gesunde und stimmige Weise. Und darauf solltest du immer achten, dass dir kein Mensch etwas überstülpen will. Das finde ich ist der größte Merker, ob die Unterstützung wirklich zu dir passt. Schau, ob der Mensch dir wirklich offen gegenüber tritt und ob es darum geht, den für dich richtigen Weg zu finden. Weil darum geht es. Das eine richtig gibt es nicht. Es gibt nur ein für dich richtig. Und darin solltest du dich unterstützt fühlen. In diesem Sinne, geh deinen Weg, finde für dich das Richtige. Dazu möchte ich dich ermutigen. Und wenn du Anzeichen erkannt hast, wo du sagst, oh, ich habe Sorge, dass mich das in einen Burnout führt, oder einfach nur, weil du spürst, es tut dir nicht gut, es geht dir gerade nicht gut, dann hol dir Hilfe. Und ich wünsche dir auf diesem Weg heraus, aus diesen Beschwerden, aus diesen Symptomen, toi, 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 alles Gute, viel Kraft, viel Ausdauer und vor allem ganz viel Milde mit dir selbst. Alles Gute dir. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020